Hallo Freunde, schaut mal. Das Rad ist ab. Wir müssen den Traktor in die Werkstatt bringen. Egge, kannst du den Abschleppwagen holen? Wir haben den Traktor auf den Abschleppwagen geladen. Das Rad nehmen wir auch mit. Jetzt gehen wir in die Werkstatt. So, wir sind in der Werkstatt. Jetzt kann Egge das Rad reparieren. Wir brauchen eine rote Schraube. Prima, Egge hat den Traktor repariert. Du kannst wieder an die Arbeit. Oh, ich glaube da braucht jemand Hilfe. Komm, wir gehen nachschauen. Das ist Lightning McQueen. Was ist denn los? Er hat keinen Sprit mehr. Gut gemacht Egge. Jetzt kann McQueen weiterfahren. Das ist ein Sprit mehr. Ich gehe vor, ich schnapp mich auf, wenn ichegge. Ich gehe auf, wenn ich an das Wasser,ir. Dann kann ich auch. Ich gehe mal. Ich gehe mal ein, weil ich ein Sprit mehr so ist. Ich gehe mal an die Trichung, deinen Ernst und Kuchen. Zitzen. Untertitelung des ZDF, 2020